So meine Lieben, heute nehme ich euch mit nach Kirchheim Unterteck, stelle euch diese Stadt mal vor, hauptsächlich die Altstadt, die alten historischen Fachwerkhäuser. Beginnen tun wir mit dem alten Haus, was ihr jetzt seht und dann zeige ich euch das Wachthaus bis hin zum Rathaus und den Rest, den lasst ihr euch überraschen. Überwiegend unter anderem geht es noch zum Kirchheimer Schloss bis hin zum Busbahnhof. Ich wünsche euch nun hiermit diesem Film gute Unterhaltung. Ich wünsche euch jetzt noch ein paar Tage, bis zum Rathaus, bis zum Rathaus, bis zum Rathaus, bis zum Rathaus, bis zum Rathaus. Bis zum Rathaus, bis zum Rathaus, bis zum Rathaus. Bis zum Rathaus. Bis zum Rathaus. Bis zum Rathaus. Malik, bitte, ihr tret lang. Wir warten, Mama kommt bei euch. 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 Mama. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 und gleich seht ihr ein sogenanntes highlight schaut beachtet mal die ampel die ich euch gleich zeige eine äffle und pferdle ampel so 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 Musik 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 Und heute war auf dem Marktplatz einiges los. Zurzeit ist das Kirchheimer Weinfest. Musik 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 Jungen. Das war's. 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 Das war's.